hier und hier die werkstatt kriegt den stockpile hier so was heißt der werkstatt kommt hierhin könnte sie auch hierhin setzen ja hierhin ist besser da ist die treppe nicht im weg und der magier workshop kommt hierhin so hier kommen fallen hin die werden ja nicht hier hergestellt nein hier werden wirklich nur zahnräder gemacht und hier die verschiedenen anderen teile so das heißt gebäudemäßig sind wir versorgt von dir brauche ich gerade nichts ich brauche von dir etwas drei stoff drei glas 30 schwefel du kannst mal das eisen umschichten wie sagt er schichtet das eisen um ach ja ich brauche hier jetzt okay das ist soweit fertig das heißt wir können jetzt mal die treppe planen so durch die treppe wissen wir wo wir platz hätten wie hast solche teile vier hier unten und zwei kommen nach oben aufs dach scheine dass ich den dinger nicht sagen kann was hier annehmen sollen dann ja 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 Das war's für heute. Und mir fehlt Holz. Das ist doch schön. So, Bauauftrag D. Drei können eingerissen werden. Und das da auch. Und die Workbenches auch gleich. Ah, wo kriege ich jetzt auf die Schnelle? Holz her. Ich würde sagen, ich habe keine Wahl, als das hier abzuholzen. Der, der kann weg. Ich würde sagen, ich weiß nicht. Ja und natürlich Ey kann man aufhören alles runter zu segeln Wäre nett So ist gut Also jetzt haben wir den Bergfried auf derselben Höhe wie Die Außenmauern Ging schnell So hier ist alles gefällt Ach ja das Thema mit den Weißt du was reißt die hier nochmal alle ab Ich muss mich erstmal um die Columns kümmern So das reicht glaube ich an Höhe Ist die Frage Ähm Wird das hier reichen Ja das reicht Gut Mehr brauche ich gleich wissen Gut 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 Okay, das war falsch. Die beiden dürfen nämlich nicht verdeckt werden. Oh ja, hier brauche ich Tees. So, weil ich hier noch einen Balken brauche. So. Jetzt kann ich einen neuen Beauftrag machen. Ähm... Hilf mir das X-Ray. Nee. Okay, ich reise erst mal hier wieder. Den Boden ab. Der hat ja auch Zeit bis später. So, und jetzt sehe ich wieder was. Mit einem neuen Bauauftrag. Ja, passt alles perfekt. Jetzt haben wir auch wieder Holz, um die zu bauen. Ja, passt alles perfekt. gut ja den stoff abtransportieren wird lustig weil das müssen wir einzeln machen ja also ich wähle drei gleichzeitig aus da geht es etwas schneller drei stoff wählen also machen wir auch gleich neue stoff gleich dass wir wieder unser lager voll haben und dich machen wir mal zum soldaten so du wirst hier gebraucht das letzte ding nicht feuern unterspringen schieße auf ja genau so habe ich mir das vorgestellt so dann wirf doch mal da rein ja wer hat jede geschnurrt so und schon haben wir holz was wir abbauen können so du räum mal da auf oh ja das können wir jetzt auch löschen auch so wir haben kein lager mehr ah das ist doof und dann mach einfach mal ein bisschen platz frei und ich würde sagen den tunnel stehe ich mal auf null dass da keiner mehr gräbt so sagen wir zu viele steine haben okay die spawnen schon alle auch gut wo ist mein anderer beauftragter eigentlich erzählen habe ich den aus versehen gelöscht warum habe ich das gefühl dass das gut möglich ist okay wir brauchen neue stockpiles jetzt hier drin die sind für steine machen wir ruhig acht pro seite dann brauchen wir welche für holz und gras okay und dann passt schon nicht mehr richtig holz und steine und verarbeitete schwefe und eisen und dann passt schon nicht mehr